Stell dir vor, du gehst auf deinem Heimweg durch verlassene Straßen und musst dich vor Kampforbotern verstecken. Das klingt nicht nach dem echten Leben, sondern eher nach einem gemütlichen Filmeabend auf dem Sofa. Genauso ist es nämlich in den Filmen Matrix oder Terminator. Doch was haben diese Filme mit unserer Realität gemeinsam? Wie passt Spocks Retro-Tricorder zur Digitalisierung und was verbindet Terminator mit modernen Kampfdrohnen? Alles begann 1915 mit diesem Mann, als Charlie Chaplin die Tore Hollywoods durchschritt und das geschriebene Wort in Filme verwandelte. Einige Zeit später, nach endlosen Genres und Filmen, entstand Science Fiction, was sich mit fiktiven Technologien und deren möglichen Auswirkungen auf die Zukunft auseinandersetzt. Ein bekanntes Beispiel ist Box Tricorder, ein kleines portables Gerät, das eine große Inspiration für die zukünftigen iPhones werden sollte. Doch Science Fiction inspiriert nicht nur die guten Erfindungen. Denn Filme wie iRobot, Terminator oder Star Trek inspirieren zu moderner Kriegsführung, welche heute schon durch autonome Kampfmaschinen wie zum Beispiel Drohnen Realität geworden ist. Isaac Asimov wollte dem durch Robotergesetze ein Riegel vorsetzen. Teilweise vergebens. Doch am Ende haben es nur die großen Tech-Unternehmen in der Hand, was mit ihren Erfindungen passiert. Schließlich designen sie die Tools, die wir täglich verwenden. Und letztendlich ist gerade das Design eines Werkzeuges ausschlaggebend dafür, was damit getan wird. Und wir können zumindest nur aufpassen, was wir online von uns preisgeben und mit unserem Nutzerverhalten die Nachfrage steuern.